Na, wer hat sich dann jetzt hier Grießbrei gewünscht? Hallo, wer war das? Ich und die Alia. So, Alia, du hast ja schon aufgeschrieben, ne? Guck mal da, wie der Opa das macht, ne? Ja. Sie ist auch beim Schreiben schon, ne? Ja. So, was brauchen wir dazu? Wir machen nur einen halben Liter, ne? Ja, also 60 Gramm. Ja, oder 65, ja, 60 Gramm. 60 Gramm Grieß, 0,5 Liter Milch, vielleicht auch ein Eigelb, ein Esslöffel Butter. Ja, richtig. So, die haben die Milch jetzt zum Kochen, du brauchst Guck. Und auch gleich Zucker. Ja, Zucker, ja, Zucker zum Nähner Geschmack. Jetzt tun wir den Grieß in den kochen Milch hier rein. So, lassen wir das quillen, ne? Und warum willst du das wissen, wie das geht? Kann ich das zu Hause auch noch machen? Aha, siehste. Was habe ich schon gesagt, muss nur aufpassen, dass die Milch nicht unten ansetzt und anbrennt, ne? Ja. So. Das dauert jetzt noch einen Moment. Wir machen einen kleinen Schnitt, bis das, äh, bis das, äh, bisschen angedinkt ist, hier, ne? Aufgequillt ist, okay. Was, dann machen wir gleich schon mal an, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. ich mach. Du Vielen Dank.